Hallo Freunde des Software Entertainments. Danke für diesen tollen Start zu meinem SEO Tutorial auf YouTube zum Thema Glossar. Das hat ja wirklich super geklappt und dass es hier mittlerweile 1400 Follower gibt, das ist wirklich Daumen hoch für euch Freunde. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, bitte abonnieren und die Glocke anmachen. Da geht es auf jeden Fall mit Web Development jeden Montag im Live Coding nach vorne. Mein persönliches Developer Highlight war gestern Bitbucket Pipelines und Caches darin. Hier spare ich jetzt pro Cypress Pipeline knapp 300 MB Traffic, was auf jeden Fall auf CO2 neutrales Web Development einzahlt und 1,30 an Zeit rausgeholt hat. Habt ihr Caches, die ihr in den Pipelines nutzt, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Vielen Dank.